Sie haben Prüfungsstress oder stehen vor einer wichtigen Arbeit oder einem Vortrag? Sie müssen einen Stapel Bücher lesen und Ihnen fehlt einfach die Zeit dazu? Es gibt eine Methode, mit der Sie Bücher in wenigen Minuten lesen und verstehen können. Sie nennt sich PhotoReading. Petra Bendixen ist eine Expertin für PhotoReading. Petra Bendixen bietet europaweit als einzige Kinderseminare an. Sie ist die einzige in Norddeutschland und eine von wenigen in ganz Europa. In Ihren Seminaren vermittelt Sie das Know-how, mit dem auch Sie sich diese Technik aneignen können. Hier lernen Sie alle notwendigen Schritte. Von der optimalen Einstimmung über das Fotolesen bis hin zur Aktivierung des Inhalts. Am Anfang setzen Sie sich das Ziel, bestimmte Informationen aus einem Buch zu erhalten. Am Ende können Sie diese Informationen abrufen und frei wiedergeben. Und zwar dauerhaft. Sie werden merken, PhotoReading ist nicht nur praktisch, es macht sogar Spaß.